Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer sechsten Social Media AV-Lesung in diesem Semester. Sie hören es wahrscheinlich, mich hat auch die Verkühlung ein wenig erwischt. Schauen wir mal. Ich denke, es wird sich ausgehen. Eventuell muss die Einheit heute ein wenig kürzer ausfallen, wenn die Stimme nicht ganz mitmacht. Heute bei uns am Programm Social Media Advertising, wenn Sie so wollen, der komplementäre Teil zu unserem Thema in der letzten Woche, da haben wir uns über Social Media Algorithmen unterhalten. Die Algorithmen, die Formeln, Handlungsanweisungen, die Regeln, wie Inhalte auf organischem Weg verteilt werden. Und interessanterweise, als organische Verbreitung bezeichnet man ja die Verbreitung von Inhalten, von Postings über die Algorithmen gesteuert, getriggert durch die Interessen, durch das Nutzungsverhalten der jeweiligen Person. Bezahlte Werbung, bezahlte Ausspielung, der Teil, mit dem die Plattformen sich zu einem beträchtlichen Teil monetarisieren, der wird im Gegenzug dazu nicht als anorganische Verbreitung bezeichnet, sondern als Paid Media, Paid Social Media oder Social Media Advertising. Und genau darum geht es heute. Vorher allerdings noch zwei kleine organisatorische Ankündigungen. Zum einen, Sie wissen es wahrscheinlich schon aus Moodle, nächste Woche am 7. Dezember treffen wir uns im UZA. Wenn Sie noch nie im Hörsaal dort waren, am einfachsten ist es von der U4 Spittelau. Da gehen Sie einmal durchs Gebäude durch, das ist ganz gut beschrieben. Oder eine U4-Station vorher, wie heißt die von der anderen Seite, von der Rosauer Lände ist ein etwas längerer Fußweg. Aber ist gut zu finden und ein angenehmer Hörsaal. Vor allem haben wir aber einen sehr angenehmen Gastvortragenden. Andi Schwandner war einen beträchtlichen Teil seines beruflichen Lebens bei der Kronenzeitung Oberösterreich, hat dort mehrere tausend Artikel geschrieben, kennt die Journalismusbranche in- und auswendig und hat sich dann vor allem ganz selbstständig gemacht als Storytelling-Positionierungsberater für Unternehmen. Hat dort sehr viel mit Social Media zu tun, allerdings weniger mit Werbung und den technischen Aspekten, sondern eben genau mit diesem Storytelling-Teil. Ich bezeichne es oft auch gerne als Editorial Content. Wird sicherlich eine sehr spannende Sichtweise, weil eben Andi einer der Personen ist, die, wenn Sie so wollen, beide Welten sehr gut kennen. Ich glaube, da kann man sehr gut den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Zum Zweiten in diesem Semester wird unsere Vorlesung evaluiert. Ich werde dazu noch ein extra E-Mail schreiben. Das bedeutet, ich muss die Evolution online aktivieren. Sie bekommen dann einen Link zugeschickt und ja, wie gesagt, da folgt noch eine extra Erinnerung, aber da würde ich Sie auf jeden Fall bitten, daran teilzunehmen. So viel zum Organisatorischen. Damit zu unserem heutigen Thema Online Advertising, Social Media Advertising, wenn wir uns das etwas größere Bild ansehen. Ich habe es schon einleitend zu Beginn der Vorlesung gesagt, es gibt unterschiedliche Channels, Traffic Channels, wenn man es jetzt beispielsweise aus der Sicht eines Webmasters betrachtet. Und grundlegende Aufteilung des Budgets, die sich Unternehmen heutzutage überlegen müssen, in der Regel gegen Jahresende, welchen Teil unseres Marketing-Werbebudgets möchten wir für Offline-Medien einsetzen, welchen Teil für Online-Medien. Klar ist natürlich, auch das war bereits mehrmals Thema im Laufe der Vorlesung, dass in den letzten 20 Jahren, als wir eine immer zunehmende Bedeutung digitaler Medien, mehr Zeit, die dort verbracht wird, gesehen haben, stiegen natürlich auch die Budgets dementsprechend stark an. Selbstverständlich ist aber Social Media Advertising nicht die einzige Möglichkeit der bezahlten Verbreitung. Was ich auf dieser Grafik sehe, sind mehrere Online-Marketing Channels. Suchmaschinenoptimierung vielleicht etwas untypischer. In dem Fall bezahlt man ja nicht für die Anzeige der Werbung, sondern man optimiert die eigene Homepage. PPC oder Pay-Per-Click, ein Synonym, das häufig verwendet wird für Google AdWords-Anzeigen, sind die Anzeigen, die auftauchen, wenn Sie in Google eine bestimmte Suchanfrage eingeben und diese Anzeigen hängen oder werden getriggert von den Keywords von den jeweiligen, die Sie selbst eingeben. Mobile Werbung spielt eine immer größere Rolle, wobei das war übrigens, da ist ein enger Anknüpfungspunkt zum Thema Social Media. Facebook hat, das kann man durchaus sagen, mit der mobilen App Mobile Advertising ziemlich revolutioniert. Am Smartphone haben Sie ja permanent das Problem, dass der Bildschirm relativ begrenzt ist und neben dem eigentlichen Inhalt eigentlich nicht viel Platz zur Verfügung steht, um Banner anzuzeigen. Deswegen auch häufig die unten klein reingequetschten Mini-Banner-Werbungen. Facebook waren da die ersten, die begonnen haben, die Werbung im Feed anzuzeigen, aber es gibt natürlich auch viele andere Formen des Mobile Advertisings. Public Relations, auch keine klassisch bezahlte Form, sondern eher strategische Lobbying-Arbeit. Affiliate-Marketing, das kennen Sie vielleicht auch, das ist ein Provisionsmodell. Das heißt, die Affiliates verkaufen beispielsweise Software-Lizenzen und erhalten dafür eine bestimmte Provision. Als Display-Marketing bezeichnet man das digitale Pendant zu Plakat wenden, nämlich die klassische Banner-Werbung, die Sie auf allen großen Medien sehen, nach wie vor eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt. Interessanterweise ist in Österreich der Anteil an Display-Werbung weit höher als in den meisten europäischen Ländern. Display-Werbung bezieht sich aber nicht nur auf das Format der Anzeige, sondern der Unterschied und der Name PPC drückt sich heraus. Bei Pay-Per-Click Advertising bezahlt der Werbetreibende dann, wenn der Kunde, die Kundin auf die Anzeige klickt, also beispielsweise auf die Google AdWords Anzeige. Bei Display-Advertising, wie es der Name schon nahelegt, bezahlen die Werbetreibenden dafür, dass ihr Banner angezeigt wird, also beispielsweise für 1000 Banner-Views. Social Media ist ein Teilbereich, auch auf Social Media Plattformen gibt es wiederum unterschiedliche Varianten der Werbung. Die wichtigste ist aber sicherlich die bereits erwähnte, direkt im Newsfeed angezeigte Werbung. Wenn Sie aber an Facebook oder andere Plattformen denken, da gibt es natürlich neben dieser Feed-Werbung auch diverse weitere Werbeplätze am Desktop, in der Seitenspalte und so weiter. Es gibt E-Mail-Werbung in unterschiedlicher Form. Man könnte als Unternehmen, das tun natürlich auch viele, selbst einen E-Mail-Newsletter betreiben. Es gibt aber auch zahlreiche professionell betriebene Newsletter, die wiederum Werbespots in ihren Newslettern verkaufen. Shop-Bots sind auch eine Möglichkeit, das sind Programme, die sozusagen verschiedene Shops abgrasen und daraus auch ideale Preismodelle beziehungsweise Beschreibungen erstellen. All diese Channels gilt es also zu berücksichtigen, die Grundlage bei der Budgetplanung oder beim Anteil an Social Media Marketing ist natürlich immer, wo halten sich unsere Kunden vorwiegend auf. Da haben wir natürlich sehr unterschiedliche Nutzungsverhalten, je nach Generation, aber quer durch, je jünger, desto höher der Zeitanteil der Social Media Plattformen verbracht wird, aber trotzdem quer durch die unterschiedlichen Generationen gibt es eine stark zunehmende Nutzung. Social Media Advertising Spend, das geht hier von, oh no, müssen Sie es mal mehr oder weniger glauben. Wir sind aktuell im Jahr 2022, 2023 läuft ja noch, da gibt es noch keine genauen Schätzungen, bei 130, 134 Milliarden Ausgaben für Social Media Werbung insgesamt. Die verteilen sich natürlich auf die unterschiedlichen Plattformen. Gerade in den letzten Tagen und Wochen, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, wenn Sie mal in Standard oder andere Medien, die auch über IT-Berichten reingeschaut haben, ist ja nicht nur die mittlerweile angeweldete Insolvenz der Signer ein großes Wirtschaftsthema, sondern in unserem Segment im Social Media Bereich das mittlere Nachbeben, das Elon Musks Unterstützung eines antisemitischen Tweets ausgelöst hat. Es gab dann mehrere Screenshots, die von Journalisten gepostet wurden, wo auch deutlich zu sehen war, dass beispielsweise Twitter-Werbeanzeigen direkt neben wirklich ziemlich bedenklichen Inhalten zu sehen waren. Und das hat dann dazu geführt, dass einige große Unternehmen, darunter Disney, ich glaube Sony war auch dabei, am Ende wirklich sehr große Unternehmen, übrigens auch das Unternehmen von Paris Hilton, das deshalb erwähnenswert ist, weil Paris Hilton mit Twitter eigentlich einen längerfristigen Kooperationsvertrag abgeschlossen hatte. Nun, wie auch immer, alle diese Kunden haben ihre Werbeausgaben bis Ende des Jahres eingefroren, schalten also keine Werbung auf Twitter. Das heißt, da werden sich wahrscheinlich andere Plattformen dann drüber freuen. Und das Ganze zieht auch durchaus so weite Kreise, dass Elon Musk, glaube ich, selber zumindest aus seinen eigenen Aussagen nicht mehr so sicher ist, wie lange er Twitter weiterfinanzieren möchte. Aber mit Blue Sky und möglicherweise in der Zukunft auch Meta-Threads wird es ja Alternativen in Europa geben. Aber wie gesagt, wenn Sie eben Werbung schalten, müssen Sie sich überlegen als Werbetreibender, wie möchte ich meine Budgets auf die unterschiedlichen Netzwerke aufteilen und sind unterschiedlich populär. Wir haben uns auch die Nutzungszahlen angesehen. Sie brauchen natürlich auch unterschiedliche Werbeformate. Klarerweise, wer auf YouTube werben möchte, wird nicht drum herum kommen, entsprechende Clips anzupassen. Auch auf YouTube gibt es die Unterbrecherwerbung und die Clips, die in einem durchaus gespielt werden. Auf Facebook und anderen Plattformen gibt es unterschiedliche Formate. Zweite Frage und die hat wiederum ganz stark mit der Idee des Funnels zu tun. Ein Funnel oder ein Marketing-Funnel beschreibt eigentlich anhand des klassischen AIDA-Modells, das glaube ich in den entweder Ende der 60er oder in den frühen 70er Jahren erstmals publiziert wurde, sozusagen den Weg oder die unterschiedlichen, wie man das nennen möchte, Bereiche oder Stages, die ein Kunde durchläuft, beziehungsweise die ein potenziell Interessierter durchläuft, bevor er oder sie zum Kunden wird. Und das kann man abstrakt so darstellen, es geht in einem ersten Schritt mal um die Discovery, das wäre immer AIDA-Modell, die Attention-Phase. Das bedeutet ganz konkret, Sie müssen Ihre potenziellen Kunden erst einmal darauf aufmerksam machen, dass ein Produkt existiert. Ein Format, das übrigens sehr stark auf diese Art von Werbung setzt, das kennen Sie sicherlich auch alle, zwei Minuten, zwei Millionen in Österreich beziehungsweise in der Höhle der Löwen. Startups bekommen hier ihre Auftritte und natürlich den Bonus gibt es noch in Form, wenn das den Investorinnen gefällt, eines mehr oder weniger hohen Investments. Aber natürlich die Fernsehauftritte sind auch ausgesprochen lukrativ. Der Klassiker ist bei sehr vielen Unternehmen, die dort ihre Produkte präsentieren, bricht dann auch tatsächlich während der Ausstrahlung der Sendung die Webseite zusammen, wenn das Interesse groß ist. Aber das ist so eine typische Discovery-Sache. Wenn Sie ein Startup gründen, das, keine Ahnung, irgendein neues Insektenschutzmittel auf pflanzlicher Basis vertreibt, dann gibt es vermutlich eine gar nicht so kleine potenzielle Käuferschaft. Ganz konkret in dem Fall Personen, die vielleicht bei der Auswahl ihrer Kosmetik speziell Wert auf Bioprodukte oder Naturprodukte legen. Die werden ihr Produkt aber nur dann überhaupt erst in Erwägung ziehen, wenn sie erfahren, dass es es gibt. Und zwei Minuten, zwei Millionen ist dann natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Tatsächlich im Discovery-Bereich spielen unterschiedliche Werbeformate eine Rolle. Es können Google AdWords genauso sein wie auch Social Media Werbung, die auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten ist. Die zweite Phase im AIDA-Modell wäre dann Interest. Das heißt, die potenziellen Kundinnen wissen bereits, dass ihr Produkt, ihre Dienstleistung existiert und verfügbar ist. Und sie beginnen sich dafür zu interessieren. In dieser Phase im Online-Marketing beginnt in sehr vielen Fällen die aktive Recherche. Das heißt, sie haben erfahren, es gibt dieses Insektenschutzmittel und sie beginnen dann möglicherweise zu googeln oder sie schauen sich vielleicht, je nachdem, wenn es Instagram-Channels oder andere Social-Media-Kanäle gibt, auch diese Channels des Unternehmens an. In der nächsten Phase, hier als Appraisal bezeichnet, teilen dieses immer klassischen AIDA-Modell haben wir Attention, Interest, Desire und Action. Und diese Desire-Phase teilen sie hier in Appraisal und Confirmation auf. Das sind natürlich keine strikt getrennten Verhältnisse, aber hier, gerade von dieser Interest, Appraisal, Confirmation-Phase, da geht es sehr stark um Baselsteine, die zu einer positiven Entscheidung beitragen. Und in diesem ganzen Bereich hier spielt Retargeting eine große Rolle. Es gibt beim Aufsetzen von Werbekampagnen grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie Sie das machen können. Wir werden uns die auch dann live im Ad-Manager anschauen. Die eine Variante ist, dass Sie als Werbetreibender bestimmte demografische und Interessensparameter festlegen. Sie könnten auf Facebook beispielsweise sagen, ich möchte meine Werbung allen Facebook-Nutzerinnen in Wien oder auch feingranulierter im dritten Bezirk in Wien anzeigen, die sich für Hardrock interessieren, wenn sie dort beispielsweise einen einschlägigen Club aufsperren. Das wird dann im Normalfall, da wären wir hier in der Discovery-Phase, Club ist neu und sperrt auf, dann erfahren Leute davon und natürlich wird nur ein bestimmter Teil davon, das bezeichnet man dann als die Klickrate, auf ihre Werbung klicken, wenn sie einen Link drin haben und sich die entsprechende Seite ansehen. Dieser Klick signalisiert durchaus Interesse und zumindest mehr Interesse als bei den Personen, die an ihrer Werbung vorbeiscrollen. Wenn jemand nicht auf die Werbung klickt, muss das natürlich nicht heißen, dass da gar kein Interesse besteht. Es kann ja auch sein, dass die Person momentan schlichtweg keine Zeit hat. Wie auch immer, ein gewisser Teil wird da draufklicken und wenn sie jetzt als Betreiber der Webseite entsprechende Retargeting-Pixel der einzelnen Plattformen eingebaut haben, dann können sie im nächsten Schritt ihre Werbung gezielt beispielsweise nur den Personen anzeigen, die ihre Webseite bereits besucht haben. Und die Idee im Funnel ist jetzt, dass die Leute, die das getan haben, natürlich schon mehr darüber wissen. In unserem Beispiel, die wissen bereits, dass ihr Klub aufsperrt, vermutlich auch wann. Und bei denen geht es jetzt eher darum, Interesse zu wecken. Das heißt, wenn sie Retargeting-Werbung verwenden, dann werden sie die vielleicht mit spezifischeren Informationen füttern. Das ist sozusagen ein Entscheidungsprozess, im Laufe dessen immer mehr Personen verliert. Auch nicht jeder, der die Homepage besucht hat, wird dann automatisch Besucher ihres Klubs werden. Aber ein gewisser Teil schafft es dann oder ein gewisser Teil bewegen sie bis zur Conversion. Im Beispiel eines, muss jetzt natürlich kein Klub sein, im Beispiel eines Online-Shops genau dasselbe Prinzip. Die Personen, potenzielle Kunden erfahren von dem Online-Shop, beginnen sich zu informieren. Ein Teil registriert sich. Manche legen Produkte in ihren Warenkorb. Klassiker bei Online-Shops ohne etwas zu kaufen. Das kann man retargeten. Und ein Teil schließt dann tatsächlich die Bestellung ab. Natürlich, gerade im Online-Bereich ist hier an diesem Punkt unser Conversion-Fundle, wie das heißt, nicht abgeschlossen. Sie kennen das sicherlich auch aus vielen Services von vielen Seiten, die Sie selber benutzen. Der Klassiker ist natürlich, wenn man bei einem Online-Shop zum ersten Mal etwas einkauft, geben Sie Ihre ganzen Daten ein und im letzten Schritt haben Sie dann meistens zwei bis drei Checkboxen, wo Sie AGBs zustimmen und so weiter. Eine davon, ich möchte den Newsletter abonnieren. Das ist natürlich ein sehr interessanter Kanal, mit dem Sie dann auch sozusagen bestehende Kunden idealerweise, wenn der Newsletter auch gelesen wird, über Ihren eigenen Kanal erreichen, ohne jetzt dafür sozusagen extra zu bezahlen. Das wären also in ganz ganz kurz beschrieben, sozusagen das Grundsetup der Werbung oder des Werbefunnels. Und dieser Funnel spielt natürlich auch überall dort eine Rolle, wo wir uns überlegen müssen oder überlegen können, welche Arten von Inhalten geeignet sind. Wie gesagt, in der Awareness-Phase geht es darum, Personen über die Verfügbarkeit zu informieren, letztendlich. In der weiteren Phase geht es um sehr viel konkretere Dinge. Da könnten Testimonials eine Rolle spielen, da könnte Influencer-Marketing eine Rolle spielen, natürlich auch genauso in der Awareness-Phase. Zweite große Frage ist eben, welche Inhalte bewerbe ich? Eine alles andere als triviale Frage und auch, oder welche Seges wähle ich aus? Das eine ist die formale Geschichte. Wie gesagt, auf YouTube oder auf TikTok brauchen Sie notwendigerweise Videoclips. Auf anderen Plattformen können Sie das aussuchen. Aber die Frage ist, welche Botschaft transportiere ich? Das ist natürlich ein Thema, das auch in der klassischen Wirkungswerbeforschung schon lange eine große Rolle spielt. Im analogen Bereich ist es durchaus üblich, vor großen Plakatkampagnen, vor großen Fernsehkampagnen verschiedene Instrumente zu nutzen, beispielsweise Diskussionsgruppen, denen vorher unterschiedliche Seges präsentiert werden, bis hin zu Eye-Tracking-Studien, wo man schaut bei unterschiedlichen Varianten von Plakaten, wo schauen die Leute zuerst hin, eben mit dem Ziel, das ideale Sege rauszufinden. Davor steht aber natürlich noch eine Grundsatzentscheidung, wie werbe ich? Und da finde ich, da sieht man einen recht interessanten Zusammenhang. Was diese Grafik hier anzeigt, ich mache es noch etwas größer. Wir haben hier die momentan vier hauptrelevanten Generationen, sage ich mal, die Gen Z, Millennials, Gen X und die Boomer. Und da geht es jetzt darum, was diese einzelnen Gruppen für Inhalte in Social Media Werbung erwarten. Und da wäre die erste Kategorie Produktinformation. Dann haben wir Unterhaltung, Relevanz für mich persönlich, für meine Identität, personalisierte Empfehlungen, Diversity und Inklusion sollen eine Rolle spielen. Und das sind da die Prozentwerte oder die Bewertungen. Und da sehen Sie schon, da gibt es ziemlich deutliche Unterschiede. Das heißt, wenn wir uns hier die Gen Z anschauen, da sind Produktinformationen bei den Millennials ebenfalls deutlich unter 50 Prozent. Bei den Älteren sind sie drüber, während auf der anderen Seite Diversity und Inklusion hier eine beträchtlich geringere Rolle spielen. Gut funktionierende Werbebotschaften müssen, sollten natürlich immer optimal an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst sein. Und das bedeutet auch, das ist, glaube ich, einer der Grundsätze oder überhaupt, wenn man nicht sogar sagen kann, der Hauptgrund, was Social Media Werbung so attraktiv macht. Sie können hier natürlich sehr viel fein granulierter targeten. Wenn Sie eine Plakatkampagne planen oder eine Fernsehkampagne, dann spielt der Kontext eine gewisse Rolle. Wenn Sie Ihr Plakat vor in der Nähe einer Berufsschule platzieren, dann werden Sie dort mehr jüngere Personen erwischen, aber es werden auch andere vorbeigehen. Bei der Fernsehwerbung, Radiowerbung, Printwerbung spielt natürlich das jeweilige Magazin, der Sender, die konkrete Sendung eine Rolle. Aber Sie müssen mehr oder weniger mit dem Vorlieb nehmen, was dort als Publikum vorhanden ist und auch sozusagen den Eigenangaben der jeweiligen Medien glauben. Wenn Sie sich mal Werbefolder anschauen, egal ob von Boulevard oder Qualitätsmedien, hat natürlich jeder das kaufkräftigste, beste Publikum. Im Social Media Bereich, wie gesagt, können Sie sehr fein granuliert targeten und könnten jetzt beispielsweise Personen, je nach ihrem Alter, auch nach ihrem sozioökonomischen Status, unterschiedliche Botschaften zum selben Produkt anzeigen. Das ist schon mal ein Faktor, der Social Media sehr, sehr interessant macht. Und die zweite Sache ist, Sie können im Vergleich zu klassischen Mietkampagnen gerade bei sehr spezifischen Produkten mit relativ überschaubaren Budgets sehr nahe an Ihre Zielgruppe rankommen. Was meine ich mit überschaubaren Budgets? Nun, eine Plakatkampagne umfasst die Produktion der Plakate, vor allem aber natürlich das Mieten der jeweiligen Plakatwende in Österreich, in der Regel über Gewista. Bei einer Fernsehwerbung, bei Radiowerbung, so haben Sie ebenfalls die Produktionskosten, aber der wesentlich größere Teil ist, normalerweise sind eben die Media Spendings. Auch hier sind Sie festgelegt, wenn Sie Ihre Werbung auf der letzten Seite der Krone Bund am Sonntag anzeigen möchten, dann haben Sie hier eben einen bestimmten Preis, der zu bezahlen ist. Im Social Media Advertising legen Sie selber das Budget fest. Natürlich begrenzt das Budget Ihre Reichweite, aber wenn Ihr Produkt wirklich sehr spezifisch ist, sagen wir mal, Sie verkaufen, ohne dass ich jetzt tatsächlich irgendeine Ahnung von den Zahlen hätte, aber sagen wir mal, Sie verkaufen Futter für Angorahasen, da wird es wahrscheinlich nicht zehntausende Halterinnen geben, in Graz Hausnummer und Sie schauen dann auf Facebook nach, wer sich für das Thema Hasenhaltung, Angorahasenhaltung, wenn es das gibt, interessiert und kommen auf eine, sagen wir mal, dreistellige Zahl, dann brauchen Sie natürlich auch ein entsprechend geringes Budget, um nur denen Ihre Werbung anzuzeigen. Und das bedeutet aber auch, dass wenn Sie im Retail-Bereich ein größerer Online-Store sind, das macht natürlich Zalando, auch das kennen Sie sicherlich aus Ihrer eigenen Server-Erfahrung, wenn Sie keinen Adblocker anhaben, das macht Zalando und machen andere Unternehmen natürlich exzessiv. Sie stimmen die Werbebotschaften sehr fein ab, das heißt, im Fall von Zalando beispielsweise, wenn Sie sich auf der Seite, auch ein Beispiel, das immer wieder gern gebracht wird, den berühmten roten Pullover ansehen, dann verfolgt Sie der wochenlang quer durch alle Social Medias. Ist jetzt nicht nur bei Zalando so, das machen eigentlich alle großen Online-Stores. Das hat mit dem Funnel zu tun, Sie haben sich ein Produkt dort angeschaut, vielleicht Spezifikationen und werden dann immer wieder daran erinnert, dieses Produkt zu kaufen. Das ist auch eine Sache, die in der analogen Werbung nicht funktioniert. Natürlich, das passiert ja auch in der Praxis, können Sie über Wiederholung arbeiten, eine Fernsehwerbung immer und immer wieder anzeigen, aber Sie können nicht sozusagen im Voranschreiten Ihrer Kampagne das immer genauer auf die Personen zuschneidern oder nur denen präsentieren, die bereits in der Vergangenheit Interesse gezeigt haben. Das alles, diese Vorteile kombiniert mit der Tatsache, dass immer mehr Menschen Social Media benutzen. Wir sind jetzt, glaube ich, noch nicht ganz bei den 5 Milliarden, also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Die haben da Accounts, die verbringen auch viel Zeit drauf. Das macht es für Werbetreibende grundsätzlich interessant. Das führt dazu, dass die Werbeausgaben selbstverständlich von Jahr zu Jahr drastisch ansteigen. Was war jetzt in den letzten fünf Jahren so im Durchschnitt um die 17 Prozent? Das hängt natürlich auch mit dem generellen Wachstum zusammen. Das Gesamt-Social-Media-Werbebudget weltweit 2023 wird, wie gesagt, das Jahr läuft ja noch, aber wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutlich mehr als 200 Milliarden Dollar betragen und davon entfallen, je nachdem, welche Quelle man sich anschaut, 80 bis 100 Milliarden auf Video-Advertising. Also ein großer Teil davon natürlich auf YouTube und mittlerweile auch immer mehr auf TikTok. Selbst innerhalb einzelner Quartale gibt es eigentlich immer mehr Steigerungen und was natürlich auch interessant ist im Jahr 2022, ich habe Ihnen anfangs gesagt, es gibt unterschiedliche digitale Werbemöglichkeiten. Selbstverständlich sind AdWords auch ein relevanter Kanal. Insgesamt nimmt Social-Media-Werbung an den digitalen Spendings oder Namen im Jahr 2022 mit 33 Prozent ziemlich genau ein Drittel ein. Also ein Drittel jedes digitalen Werbe-Euros oder Dollars geht an die großen Plattformen. Man könnte sich auch ganz gut vorstellen, warum die nicht wirklich unter ökonomischen Mangelerscheinungen leiden. Auch wenig überraschend, auch aufgrund der Landesgröße und dieser starken Ökonomie, sind die USA der größte Social-Media-Werbemarkt weltweit. Auch die Anteile, die für Social-Media-Advertising ausgegeben werden, sind durch die Bank höher als in Europa oder beispielsweise in Südamerika. Die Attraktivität von Werbe-Plattformen hat natürlich auch sehr stark mit dem Vertrauen zu tun, dass Nutzerinnen in diese Plattformen setzen. Und da sehen wir eigentlich einen gegenläufigen Trend. Nutzung steigt, aber das Vertrauen in die Plattformen sinkt. Und es hat sicherlich mit mehreren Faktoren zu tun. Bei TikTok gibt es immer wieder den, ja, ich glaube nicht nur Verdacht, sondern schon ganz konkrete Hinweise, dass da chinesische Regierungskreise recht intensiv mitlauschen. Ist ja auch der Grund, warum es beispielsweise verboten ist, auf vielen offiziellen Regierungshandys, so auch in Österreich, TikTok zu installieren. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum gibt es dann trotzdem österreichische Minister, die TikTok-Channels betreiben? Weil sie dafür ein Privathandy nutzen. Das ist die österreichische Lösung. Das hat sicherlich auch mit dem recht erratischen Kurs von Elon Musk zu tun, aber ganz zentral mit dem immer steigenden Misstrauen in den letzten Jahren gegen Facebook. Die letzten Jahre bei Facebook waren ja zum einen eine Erfolgsgeschichte, stark getrieben auch durch Instagram und WhatsApp. Zum anderen aber auch eine, ja, Aneinanderreihung von Bannen, Beinlichkeiten und Datenschutzskandalen. Sicherlich auch ein Grund für, ja, kam früher, aber eben für den Digital Service Act, über den wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Parameter generell im digitalen Advertising, der auch unterschiedliche Kampagnenformate vergleichbar machen soll, ist das sogenannte CBM. Darunter versteht man die Kosten, um 1.000 Personen zu erreichen, also sprich ihre Anzeige 1.000 Personen zu präsentieren. Der lag 2022 quer über alle Social Media Plattformen bei 8 Dollar und 15 Cent. Das ist jetzt natürlich nicht sehr aussagekräftig, weil die Bandbreite beispielsweise zwischen LinkedIn und Facebook bis um den Faktor 20 variiert, was natürlich auch damit zu tun hat, dass auf LinkedIn als B2B Plattform in der Regel wesentlich hochpreisigere Produkte verkauft werden, als auf B2C Plattformen. Klarerweise verdienen sie am Verkauf eines Hebekrans beträchtlich mehr als am Verkauf einer Tube Zahnpasta oder einer ganzen Palette mit Zahnpastatuben. Aber das ist sozusagen der Durchschnittswert. Die Klickrate oder die Click-Through-Rate ein zweiter wichtiger Parameter. 100 Personen sehen ihre Anzeige, wie viele klicken dann auf den enthaltenen Link, besuchen ihren Shop oder ihre Landingpage. Die lag 2022 ebenfalls weltweiter Durchschnitt quer über alle Plattformen bei 1,2%. Auch das variiert recht stark. Bedeutet im Endeffekt 99 Personen nehmen ihren Ad vielleicht mehr oder weniger wahr. Einer klickt. In der realen Kampagnenwelt gibt es da sehr, sehr große Bandbreiten. Ich habe früher sehr viele Facebook-Kampagnen für größere Kunden gemanagt, auch AdWords und so. Mittlerweile mache ich nur mehr LinkedIn. Aber das variiert je nach Zielgruppe, je nach Faktoren. Bei schlecht laufenden Kampagnen lagen wir auch schon mal deutlich unter 1%. Bei Kampagnen, die sehr gut funktionieren, wenn sie ein wirklich gutes Chef erwischen, dann, das ist jetzt nicht gerade der Regelfall, aber dann kann die Klickrate auch mal bei 15% liegen. Also 1,2% ist quasi der durchschnittliche Reality-Check. Diese durchschnittliche Klickrate wirkt sich natürlich auch sehr, sehr stark auf den sogenannten ROI oder ROI aus. Return of Invest. Ein ganz wichtiger Parameter bei der Budgetplanung bzw. bei der Allokation des Budgets auf verschiedene Möglichkeiten. Unter diesem Return of Invest versteht man, wie viel Dollar oder Euro ein Unternehmen für einen eingesetzten Werbedollar zurückbekommt. Das heißt, Werbekampagnen werden natürlich mit unterschiedlichen Zielen geschalten. Wie gesagt, Bekanntheit wäre da ein Punkt, wenn wir jetzt wieder an den AIDA-Fandel denken, Umsatzsteigerung. Aber letztendlich im Gesamtsetup geht es natürlich darum, mehr Produkte zu verkaufen, mehr Dienstleistungen zu verkaufen, die Kundenbasis zu vergrößern. Langfristig sollten sich diese Investitionen natürlich rentieren und damit ist es für Unternehmen eine ganz relevante Frage, wie schaut es mit dem Return of Invest bei Social Media im Vergleich beispielsweise zu klassischen Medien aus. Der sieht relativ gut aus im Durchschnitt, aber wie gesagt, es gibt Kampagnen, die gar nicht funktionieren, welche die sehr gut funktionieren, aber im Durchschnitt liegt der Return of Invest bei Social Media ungefähr bei 1 zu 2. Also sozusagen eine Rate, von der man durchaus bei Investitionsprodukten nur träumen kann. 77% aller Unternehmen und das umfasst von kleinen Unternehmen bis hin zu großen, nutzen Social Media, um ihre Kunden zu erreichen. Nicht alle davon schalten Werbung, aber tatsächlich, dass Unternehmen zumindest einen Facebook, einen Instagram oder LinkedIn Account haben, das ist schon sehr stark zum Mainstream geworden. Das spiegelt sich auch auf der Kundinnenseite wieder. 90% aller Social Media Nutzer, Nutzerinnen, also dieser knapp 5 Milliarden, folgen mindestens einem Brand auf Social Media Plattformen. Das ist schon ganz schön viel. Oder anders ausgedrückt, nur 10% nutzen Social Media ausschließlich zum Vernetzen, zur Kommunikation mit Personen. Natürlich, Werbung bekommen alle angezeigt, aber einem Brand, einer Unternehmensseite beispielsweise auf Facebook zu folgen, das ist natürlich eine freiwillige Entscheidung. Noch spannender für Werbetreibende, 90% die einem Unternehmen folgen, ist sehr viel, aber tatsächlich, und das mag es jetzt vielleicht überraschen, wir neigen ja ganz gerne dazu, von uns selber zu denken, dass wir durch Werbung kaum oder nicht beeinflussbar sind, im Gegensatz zu unserem gesamten Umfeld. 76% aller Social Media Nutzerinnen haben schon einmal ein Produkt gekauft, das sie zuerst auf Social Media gesehen haben. Und um diese Zahl richtig zu interpretieren, muss ich jetzt nochmal den Funnel bemühen. Das bedeutet nämlich genau nicht, dass Werbung im Social Media Bereich immer so funktioniert, dass sie jemandem ihre Werbung anzeigen und der klickt dann sofort auf den Kaufen-Button. Kann vorkommen, kann passieren, aber im Regelfall ist das ein längerer Prozess. Und bei diesen über 70% geht es jetzt darum, dass die Discovery auf Social Media passiert ist. Vielleicht gibt es dazwischen auch noch ein Retargeting. Vielleicht erinnert er sich vier Wochen später dann wieder an den roten Pullover oder die grüne Skijacke. Und der Kauf passiert erst deutlich später. Aber da sieht man schon, dass insgesamt bei den Kaufentscheidungen Social Media eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich denke, dort wo es um gezielte und genau strukturierte Kampagnen geht, werden wir auch in den nächsten Jahren zumindest auf absehbare Zeit bis 2030, soweit sich das sagen lässt, wohl kaum eine Trendumkehr erleben. Sprich, AdWords auf der einen Seite für die Pullsuchen und Social Media Advertising werden mit ziemlicher Sicherheit recht deutlich weiter anwachsen. Und wie gesagt, die Nutzungstrends sprechen natürlich auch sehr stark dazu. Dafür, entschuldigen Sie. Ja, dann, nach einigen Statistiken und Daten möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie eine solche Werbekampagne in der Praxis aussieht. Aber zuerst lassen wir doch den Herrn, der sich das Ganze ausgedacht hat, mal kurz sagen, wie Facebook-Werbung wirklich funktioniert. Dass Herr Zuckerberg hier in diesem Clip ein wenig nervös ist, ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass diese vier Minuten ein kurzer Teil des legendären Hearings darstellen. Sie erinnern sich wahrscheinlich, vor fünf Jahren musste Mark Zuckerberg vor dem amerikanischen Kongress nicht aussagen, sondern sich einem Hearing stellen, eben verschiedenen Fragen der Kongressabgeordneten. Das waren mehrere Stunden, hat die New York Times auch damals in voller Länge übertragen. Es ist ein spannendes, historisches Zeitdokument. Auch seine Körpersprache lässt durchaus interessanten Raum zu Interpretationen. Ich werde Ihnen, wenn es Ihnen das interessiert ist, natürlich nicht Prüfungsgegenstand, aber wenn Sie sich das Ganze mal zu Gemüte führen wollen, ich werde Ihnen auch den vollständigen Clip verlinken. Aber hier in diesem kurzen Ausschnitt, da geht es eben ganz konkret um das Thema Facebook-Werbung. Vielen Dank für Ihre Beziehung. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Beziehung und über beide zwei Wochen des Testimonyens. Du sprach über die Framung des Testimonyens, über Privacy, Security und Demokratie. Ich möchte über Privacy und Demokratie fragen, denn ich glaube, dass Sie auf dem Thema sind, das ist, dass Sie gesagt haben, über die Frage gestern und heute, dass die User alle ihre Daten erhaut haben. Ich möchte mich darauf achten, dass wir auf das ein bisschen auf das. Ich glaube, dass unsere Kollegen versucht. That includes, I believe, the information that Facebook requires users to make public. So that would be a profile picture, gender, age range, all of which is public-facing information. That's right. Yes. Okay. So can advertisers then, understanding that you, Facebook, maintain the data, you're not selling that to anybody else, but advertisers clearly end up having access to that through agreements with you about how they then target ads to me, to you, to any other user. Can advertisers in any way use non-public data, so data that individuals would not think is necessarily public, so that they can target their ads? Congressman, the way this works is, let's say you have a business that is selling skis, okay, and you have on your profile that you are interested in skiing, but let's say you haven't made that public, but you share it with your friends. Right. So broadly, we don't tell the advertiser that here's a list of people who like skis. They just say, okay, we're trying to sell skis, can you reach people who like skis, and then we match that up on our side without sharing any of that information. Understood. You don't share that, but they get access to that information so that if they know, they want to market skis to me because I like skis. On the realm of data that is accessible to them, does that include, does Facebook include deleted data? Congressman, no. Okay. And I also would push back on the idea that we're giving them access to the data. We allow them to reach people who said that on Facebook, but we're not giving them access to the data. Fair. So can advertisers either directly or indirectly get access to or use the metadata that Facebook collects in order to more specifically target ads? So that would include, I know you've talked a lot about how Facebook would use access to information for folks that, well, I might be able to opt in or out about your ability to track me to other websites. Is that used by those advertisers as well? Congressman, I'm not sure I understand the question. Can you give me an example of what you mean? Essentially, does the advertisers that are using your platform, do they get access to information that the user does not actually think is either one being generated or two is public? Understanding that, yes, if you dive into the details of your platform, users might be able to shut that off. But I think one of the challenges with the trust here is that there's an awful lot of information that's generated that people don't think that they're generating and that advertisers are being able to target because Facebook collects it. Yes. So, Congressman, my understanding is that the targeting options that are available for advertisers are generally things that are based on what people share. Now, once an advertiser chooses how they want to target something, Facebook also does its own work to help rank and determine which ads are going to be interesting to which people. So, we may use metadata or other behaviors of what you've shown that you're interested in in a news feed or other places in order to make our systems more relevant to you. But that's a little bit different from giving that as an option to an advertiser, if that makes sense. Right. But then I guess the question back to, and I only got 20 seconds, I think one of the rubs that you're hearing is I don't understand how users then own that data. I think that's part of the rubs. Second, you focus a lot of your testimony and the questions on the individual privacy aspects of this, but we haven't talked about the societal implication of it. And I think, while I applaud some of the reforms that you're putting forward, the underlying issue here is that your platform has become a mix of two seconds. News, entertainment, social media, that is up for manipulation. We've seen that with a foreign actor. If the changes to individual privacy don't seem to be sufficient to address that underlying issue. Time has expired. Love your comments on that at the appropriate time. Thank you. Ja, der Senator hätte noch einige Fragen an den Mark Zuckerberg gehabt. Das Interview ist jetzt genau fünf Jahre alt, beziehungsweise das Hearing ist aber durchaus aktueller denn je. Worum es ihm da konkret geht, ist das Thema Transparenz wiederum. Wenn Sie sich auf Facebook registrieren und öffentlich auf Ihrem Profil angeben, dass Sie gerne Ski fahren, dann ist es, glaube ich, für die meisten auch sehr nachvollziehbar, dass Ihnen da möglicherweise Ski-bezogene Werbung angezeigt wird. Worauf der Fragesteller hier aber anspielt, ist, ob Facebook auch Daten verwendet, wo den Nutzerinnen vermutlich nicht bewusst ist, dass diese Daten über Sie existieren. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, der nennt sich Shadow Profile. Und ja, natürlich, das ist ein großes Thema. Facebook weiß aus dem Nutzungsverhalten sehr viel. Die Frage ist, ist das problematisch? Wenn es um politische Manipulation geht, könnte man das natürlich möglicherweise nutzen, wenn man viel über Dispositionen herausfinden kann von Personen. Und der Hintergedanke ist natürlich der Eimer, dass Facebook möglicherweise mehr Informationen über uns selber hat, als uns jemals bewusst ist. Aktueller denn je dieses Video. Der Clip ist zwar fünf Jahre alt, aber er blieb, muss man auch sagen, auf dem US-amerikanischen Markt quasi folgenlos. Es dürften aber einige europäische Politiker sehr genau zugehört haben. Wenn Sie sich in der letzten Zeit mal auf Facebook eingeloggt haben, ich mache das nicht so häufig, dann haben Sie vermutlich diesen Hinweis hier gesehen. Möchtest du ein Abo abschließen oder unsere Produkte weiterhin kostenfrei mit Werbung verwenden, aufgrund sich ändernder Gesetze in der Region, bieten wir dir jetzt neue Auswahlmöglichkeiten und so weiter. Und dann gibt es da die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen um 9,99 Euro im Monat. In manchen Ländern waren es auch 12,99 Euro. Die Option gibt es nur in Europa und die ist auch eine direkte Auswirkung dieses Digital Services Acts, weil der europäische Gesetzgeber verlangt bzw. vorgibt, dass die Nutzer transparent informiert werden müssen. Da steht eben genau dieses Ad-Thema im Hintergrund. Und die Frage ist jetzt sozusagen, und das ist ein Streitpunkt, wo Facebook sehr konkret betreffen wird, ist es zulässig für eine werbefreie Plattform Geld zu verlangen, noch dazu einen relativ hoch angesetzten Betrag oder müsste Facebook auch ohne eine finanzielle Schranke allen Gratis-Nutzerinnen die Möglichkeit bieten, nicht personalisierte Werbung zu sehen. Die 9,99 Euro oder 12 Euro, wenn man das mal grob umrechnet, dann ergibt das doch deutlich über 100 Euro im Jahr. Und Facebook gibt den durchschnittlichen Wert eines einzelnen Nutzers, also sozusagen den Gewinn, den sie über Werbung pro Nutzer erzielen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, so mit irgendwas zwischen 16 und 20 Dollar pro Jahr an. Das heißt, das ist deutlich drüber. Und Max Schremser, der österreichische Jurist, der sich schon öfter um Datenschutzanliegen sehr erfolgreich gekümmert hat, wird jetzt auch genau aus diesem Grund eine neue Klage einbringen. Also es bleibt spannend, ob das Ganze so halten wird. Das Facebook-Modell ohne personalisierte Werbung, denn genau diese Möglichkeiten eben den einzelnen Nutzerinnen die Werbung nach ihren Präferenzen anzuzeigen, macht die ja relativ durchsetzungsstark. Ohne dieses Prinzip wäre Facebook vermutlich nicht finanzierbar. Das heißt, es bleibt spannend. Wir werden sehen, wie es in der Hinsicht weitergeht. Ich möchte Ihnen jetzt noch gern zeigen, ein paar von Ihnen, die haben das vielleicht schon selber gemacht und kennen das, aber für die, denen das neu ist, wie ein solcher Anzeigenmanager denn in der Praxis tatsächlich ausschaut, hier am Beispiel von Facebook, das ist etwas überladen. Ich habe hier einen Werbeanzeigenmanager für die Seite Schieres Wien erstellt und nebenbei eine Webseite über die hässlichsten Ecken, Seiten und Aspekte von Wien. Die habe ich mal mit Kollegen von Ihnen vor einigen Jahren in einer Übung auf der Publizistik erstellt. Da gab es dann sogar einen Kronenzeitungsartikel drüber, ob den Publizistikstudenten nichts Besseres zu tun hätten, als defidistische Webseiten über Wien zu bauen, war eine sehr spaßige Geschichte. Wenn ich das bewerben möchte, dann erstelle ich den Werbemanager, klick auf Neue Anzeige erstellen und da bietet mir Facebook mal drei Auswahlmöglichkeiten. Ich kann eine neue Werbeanzeige erstellen, bestehende Facebook-Inhalte bewerben, also beispielsweise Postings, die ich auf der Page gemacht habe, oder relativ neu alles automatisiert laufen lassen. Ich klicke hier mal auf Neue Werbeanzeige und dann kommen wir zu einer grundlegenden Auswahl. Die sieht bei den meisten Social-Media-Netzwerken ziemlich ähnlich aus. Sie entscheiden sich im ersten Schritt, ob sie Website-Besuche wollen, ob sie Fans wollen. Manche Seiten gibt es auch noch mehrere Ziele. Ob sie Abonnenten gewinnen wollen, Leads generieren, Nachrichten bekommen. Nehmen wir hier mal Website-Besuche. Und das grundlegende Prinzip besteht jetzt darin, hier haben wir unser Ziel stehen, dass sie zuerst mal ihre Anzeige gestalten. Das ist, wenn ich nebenbei hier mal den Facebook-Newsfeed öffne, sollte er uns nicht allzu schwer finden, hier haben wir schon eine Anzeige. Das ist dann eben genau dieser Text, den sie hier stehen. Und hier haben wir das Segete, dann gibt es hier noch die Überschrift und die Beschreibung des Links. Also erster Schritt Anzeigengestaltung. Hier in dem Fall nimmt Facebook automatisch das Header-Bild, das ich bei der Facebook-Page eingetragen habe. Das könnte ich natürlich ändern. Und wir sehen hier in der rechten Spalte die Voranzeige, eben wie unsere Anzeige dann im Feed aussehen würde. Das ist die grafische Gestaltung, das Segete. Und die zweite Frage, hier tragen wir dann noch die URL zur Webseite ein. Und die Frage ist dann natürlich die spannende Frage, wer soll unsere Anzeige denn eigentlich sehen? Hier haben wir die Zielgruppeneinstellungen. Und bei den Zielgruppendetails, und das ist eigentlich das, worum es mir in erster Linie geht, da haben Sie jetzt hier ein paar grundlegende demografische Daten, Geschlecht, Alter, eingrenzbar auf einem bestimmten Range. Man kann die Standorte auch hier sehr feingranuliert einteilen. Und dann gibt es hier detaillierte Targeting-Möglichkeiten. Und ich zeige Ihnen hier sozusagen die Leitvariante. Es gibt noch einen wesentlich komplexeren Werbeanzeigenmanager, in dem mehrere Optionen zur Verfügung stehen. Aber der entscheidende Punkt ist, Hasen gibt es nicht, wir haben ein Beispiel vorher. Sie müssen hier Interessen durchsuchen und nachschauen. Sagen wir mal Tourismus. Und das sind jetzt sozusagen ganz konkret Interessen, die Facebook-Personen zugeordnet hat. Es kann jetzt daran liegen, dass die einschlägige Pages zum Thema Tourismus abonniert haben, dass die auf bestimmte Inhalte reagiert haben. Und da kann ich jetzt eben eines oder mehrere Interessen auswählen. Hier unten sehen wir Tourist Guide, sehr spezifisches Interesse. Da sagt uns Facebook, unsere Zielgruppe ist relativ klein, die sollten wir besser etwas erweitern. Das ignorieren wir mal und speichern diese Zielgruppe trotzdem. Und dann sehen Sie jetzt hier, wenn wir diese Werbeanzeige, wenn wir die sieben Tage laufen lassen würden und zwei Euro pro Tag ausgeben, dann ergibt das nach Adam Riese 14 Euro Gesamtbudget. Und Facebook sagt uns hier, wir würden pro Tag schätzungsweise 69 bis 205 Konten, Konten beziehungsweise eben Nutzerinnen erreichen. Das heißt, Sie haben hier mehrere Parameter. Je breiter, je allgemeiner Sie Ihre Zielgruppe erreichen, desto größer wird die und desto teurer wird es auch, die komplette Zielgruppe zu erreichen. Auf der anderen Seite, wenn es um sehr spezifische Produkte geht, wenn Sie beispielsweise eine Tasche verkaufen, die speziell für Touristenguides gedacht ist, dann kann auch eine sehr, sehr spezifische Kampagne, die wirklich nur darauf abzielt, die paar 100 Touristguides, die es in Wien gibt, zu erreichen, auch absolut Sinn machen. Bei Twitter, bei Pinterest finden Sie ähnliche Werbeanzeigenmanager, YouTube, Video-Ads werden über das AdWords-Interface von Google angelegt. Bei LinkedIn sieht das Ganze sehr, sehr ähnlich aus. Da möchte ich Ihnen noch eine spezielle Funktion zeigen. Also die grundlegende Struktur beim Anlegen von Social-Media-Kampagnen ist wirklich immer sehr ähnlich. Ich mache jetzt hier auch mal eine neue Kampagne. Wir haben im ersten Schritt wieder unser Ziel, ein Brand-Awareness. Da sind wir genau in der Awareness-Stage im Funnel. Das bedeutet, zeig meine Anzeige möglichst vielen Mitgliedern meiner Zielgruppe an. Wir können auf Website-Visits abzählen. Auf LinkedIn kann man auch auf Engagement targeten, das heißt Likes und Kommentare für den Beitrag. Wenn man ein Video als Anzeige verwendet, auch auf die Video-Ads. Und es gibt hier auch ein paar Conversion-orientierte Ziele, die LinkedIn-spezifisch sind. Lead Generation bedeutet, man möchte mit der Anzeige Kontaktdaten von Personen einsammeln. Die können dann auch, wenn sie beispielsweise ein Webinar veranstalten und Leute sollen sich dort anmelden, geben die ihre E-Mail-Adresse ein, beziehungsweise die wird vorausgefüllt. Die klicken auf OK und sie bekommen dadurch die E-Mails. Talent-Leads bezieht sich auf Recruiting. Aber ich möchte Ihnen auch hier die Targeting-Möglichkeiten zeigen. Da sehen Sie nämlich gleich, was die spezifischen Unterschiede sind. Ich nehme auch hier mal wieder Website-Visits. Und so löschen wir die Voreinstellungen mal. Das heißt, ich habe meine Website-Visits und ich muss bei LinkedIn immer eine Region auswählen. Sagen wir mal Austria. Und dann sehen Sie jetzt hier in der rechten Spalte, ich habe jetzt praktisch ganz Österreich ausgewählt, das sind aktuell 2,3 Millionen Konten, die existieren. Da werden auch nicht alle aktiv sein. Und da würde ich jetzt sagen, wenn ich Ihnen das bestimmte Budget ausgib, dann kostet das so und so viel. Das macht natürlich keinen Sinn, alle Nutzerinnen zu erreichen. Also geht es auch hier darum, im nächsten Schritt unsere Zielgruppe weiter einzuschränken. Der Unterschied ist jetzt bei Facebook, schränken Sie die Zielgruppe über diese Interessensgebiete ein. Auf LinkedIn gibt es nicht in dem Sinn Interessen, sondern Audience-Attributes, die sich auf die primären Profilinformationen beziehen. Das heißt, wenn Sie Ihre Anzeige allen Mitarbeiterinnen der Universität Wien anzeigen möchten, dann könnten Sie jetzt hergehen, University of Vienna nehmen. Und Sie sehen, von der Universität Wien sind knapp 6.000 Personen auf LinkedIn registriert. Sie könnten das jetzt noch weiter einschränken, man kann auch mehrere Unternehmen parallel nehmen, man könnte auch mehrere Universitäten auswählen. Und Sie könnten jetzt zusätzlich sagen, ich möchte aber nur Personen, die als Experts hier leben. Da sehen Sie jetzt, das geht nicht, das ist zu spezifisch. Auf LinkedIn und auf Facebook muss die Zielgruppe mindestens 300 Personen erfassen. Das heißt, da muss man eben schauen, welche Kombinationen funktionieren. Wir könnten eventuell hier noch bei der Job-Experience sagen, wir möchten nur Manager, Directors. Das ging sich gerade aus. Sie sehen hier, da sind wir jetzt bei den 580. Hier oben empfiehlt LinkedIn, dass die Zielgruppe für eine breitere Ausspielung der Kampagne mindestens 50.000 umfassen sollte. Das geht meistens innerhalb von Europa ganz gut. In einem kleinen Land wie Österreich ist das relativ unrealistisch. Weiterer Folge geht das dann ganz ähnlich weiter wie oben. Das heißt, Sie wählen jetzt hier Ihr Werbeformat aus. Und wenn ich weiterklicke, dann muss ich die entsprechende Werbeanzeige anlegen. Der Hauptunterschied ist, wie gesagt, dass bei LinkedIn durch die Lebensläufe Sie sehr gut an die, oder sagen wir mal so, die Datenqualität sehr hoch ist. Wenn Sie auf Facebook einmal vor zwei Jahren auf irgendeine Skiurlaubsseite geklickt haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass Sie ein super fanatischer Skifahrer sind. Wenn auf Ihrem LinkedIn-Profil die Universität Wien als Arbeitgeber eingetragen ist, dann bedeutet das in der Regel, nach überwiegenden Mehrheit aller Fälle, dass Sie tatsächlich für die Universität arbeiten. Diese Datenqualität wirkt sich natürlich auch auf die Preise der Werbung aus, aber das grundsätzliche System sieht immer gleich aus. Sie stellen sich Ihre Zielgruppe zusammen anhand der jeweils verfügbaren demografischen Interessens und sonstigen Informationen, die die Plattform zur Verfügung stellt. Sie bekommen eine grobe Prognose, wie viel es Sie denn kosten würde, diese Zielgruppe zu erreichen, schalten dann Ihre Werbung. Nach Abschluss der Kampagne sehen Sie dann eben die typischen Leistungsparameter. Wie viele Personen haben Ihre Anzeige gesehen? Wie viele haben geklickt? Und so weiter. Einer der Schlüsselpunkte für die Optimierung von Social Media Kampagnen besteht darin, sehr viele Dinge abzutesten. Wie Sie jetzt gesehen haben, kann man da vergleichsweise einfach mit sehr kleinen, wirklich sehr überschaubaren Budgets arbeiten. Und das bedeutet, bei einer Plakatkampagne müssen Sie vorher eine Fokusgruppe machen, abtesten, welches Plakat am besten funktioniert. Bei einer Social Media Kampagne können Sie einfach mehrere Versionen mit sehr geringen Budgets testen und dann beispielsweise nach einer Woche sehen, diese Anzeige funktioniert am besten und dann mehr Budget in diese Anzeige stecken. Und die Anzeigengestaltung, die Texte, die Medien sind natürlich nicht die einzigen Hebel. Wie Sie Ihre Zielgruppe zusammenstellen und wie Sie targeten, macht ebenfalls einen großen Unterschied für den Erfolg Ihrer Kampagne. Und Erfolg, und da sind wir wieder beim Thema Return of Invest, bedeutet in erster Linie abhängig von Ihrem Ziel, wie viele zusätzliche Kunden konnte ich über mein Produkt informieren, auf meine Webseite bringen oder eben gegebenenfalls zu einem Kaufabschluss sanft überreden. Organische Verbreitung auf Social Media, Advertising sind nicht zwei Bereiche, die vollkommen voneinander getrennt sind. Auch wiederum aufgrund der Logik des Vandels, wenn Sie so wollen. Wenn Personen selbst zu recherchieren beginnen, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Anbieter, der gerade eine große Kampagne laufen hat. Leute kriegen das rudimentär mit. Später erinnert sich jemand dran, beginnen selber zu recherchieren. Dann sollte natürlich Ihre organische Präsenz, Ihre Unternehmenseite auch entsprechend optimiert und ansprechend für Kunden gestaltet sein. Das heißt, in der praktischen Unternehmens, in der praktischen Marktkommunikation ist das kein Entweder-Oder, sondern Sie werden in der Regel einen Teil der Kommunikation über organische Verbreitung erreichen, einen Teil über Werbung. Nicht zuletzt deshalb, weil organische Social-Media-Kommunikation, organische Verbreitung ja zuerst einmal bedeutet, dass Sie eine Community aufbauen müssen. Für ein Start-up, das neu beginnt, noch keine Follower und keine Fans hat, wird in der Regel, gerade in der Anfangsphase auch, wenn es nicht zusätzlich einen 2-Minuten-2-Millionen-Auftritt gibt, bezahlte Werbung eine sinnvolle Ergänzung zu den organischen Marketingaktivitäten darstellen. Ja, soviel zum Thema Social-Media-Advertising. Stimme neigt sich dann langsam dem Limit zu. Danke fürs Live-Dabeisein. Wir sehen uns nächste Woche im Hörsaal im UZA. Ankündigungs-Mail folgt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag und bis nächste Woche.